In der EU bahnt sich neuer Streit über den Umgang mit Russland an. Vor dem Hintergrund des Syrien-Konflikts sprachen sich Frankreich und Großbritannien bei einem EU-Außenministertreffen in Luxemburg dafür aus, den Druck auf Moskau zu erhöhen und dabei alle Optionen zu prüfen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini betonte, dass ein Beschluss über Russlands Sanktionen aktuell nicht auf der Tagesordnung stehe. Der EU stehen nicht nur Sanktionen als Mittel zur Verfügung, sondern auch viele andere Optionen. Es gibt Möglichkeiten der Druckausübung und andere Instrumente, deren gemeinsame Anwendung ich als sinnvoll erachte. Wir können nicht die Augen vor der Situation verschließen. Und das ist auch nicht der Sinn dieses Treffens. Die Lösung des Problems und die zukünftige Rettung von Aleppo liegt in den Händen des Regimes von Bashar al-Assad und vor allem der Russen. Sie können die Situation beeinflussen. Ich appelliere an die Russen, Größe zu zeigen und einen anderen Weg zu wählen. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier warnte in Luxemburg vor einer neuen Sanktionsdebatte. Er sehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, wie möglicherweise langfristig wirkende Sanktionen zur Verbesserung der Versorgung der Zivilbevölkerung beitragen sollten. Heute ist eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage in Syrien geplant.